hey meine helden da draußen willkommen zu mein nila zur bereits dritten folge mit dabei ist wieder der dat pixel und hallo und ja ich würde sagen dann go wir machen mal an unseren ganzen sachen weiter die wir gemacht haben davor also wo wir daran gearbeitet haben und ja dann würde ich sagen machen wir einfach mal da weiter und ich wechsle gerade nochmal den shader freunde und 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 hier mal wieder den coolen shader und ich hole dann uns mal wieder essen aber wir sagen ich habe jetzt erst mal was für essen mit kann jemand mir ein steinschert machen ich gehe wieder nach unten bis gleich ist alles in der kiste glaube ich habe auch das essen und das eisen reingetan aber ich habe direkt eine eisenspitze mitgenommen falls ich diamanten finde ja gut ich habe immer direkt ein eisenschwert darin oder am besten ja ich mache mir direkt einfach ein eisenschwert eine steinspitzhacke zack wie viel eisen hast du ich habe jetzt nur noch ein eisen das wir hier haben lapis hat schon direkt lapis gefunden oder oha ja okay also ja nachts leckt der schäler ein bisschen sorry auf jeden fall dafür ach ja die mobs sind ja an habe ich vergessen ja oder warte mal dann lass uns mal weil hier sind direkt viele mega viele creeper ich lasse die mal explodieren nicht erschrecken jetzt oder nein probier die nicht explodieren zu lassen sonst haben wir so hässliche löcher nein Dari geh weg du darfst nicht sterben ne ja aber wir müssen alle schlafen geht geht alle wieder zurückschlafen alle wieder zurückschlafen stimmt genau wegen unserem spawn point freunde ja wir gehen direkt hier alle schlafen komm ok ich brauche ein bisschen bis ich oben bin ja ja ich halte hier so lange die spinnen alles ab nach wie komm schon mal rein perfekt ich lege mich schon mal hin cool wäre es wenn es irgendwie so einen schlafsack geben würde den man einfach mitnehmen kann boah ja so modpack ne mhm das ist ja cool ja wo bist du ich bin gleich oben ich sehe ich sehe dich doch komm ok so freunde und ja da könnte ich direkt mal das schreibt irgendwie immer Dari und ja da könnte ich direkt mal am anfang was sagen und zwar wir haben jetzt einen hashtag nämlich den hashtag askkniller da könnt ihr uns gerne irgendwelche fragen stellen in den kommentaren oder auf twitter oder auf instagram da werde ich auch beides posten und ja die werden wir dann hier in diesen folgen beantworten alle zu dritt und ja dann genau können wir das direkt machen oh hier ist einfach der enderman gespawnt ich guck mir das nicht an ne 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 du kannst mir nicht du kannst mir nichts so darf man hier weiter also hier ein paar frame einbrüche und ja genau einfach unter diesen hashtag könnt ihr uns dann einfach in den kommentaren oder wo auch immer uns irgendeine frage stellen die wir dann beantworten Timo hast du den enderman angeguckt? ne hab ich nicht hab ich nicht ah hier sind noch ganz viele Skelette die eigentlich alle sterben sollten äh anscheinend sterben sie nicht äh ich nehme mir erstmal hier direkt den anderen Shader rein ok ich brauche doch ein Schwert das habe ich gerade vergessen ja dann hol dir doch das Schwert hol dir das Schwert hol dir das Schwert gönn dir euch das Schwert ja ok er will direkt wieder Werbung machen für sich nö nö du doch nö ja und ihr schließt mich ins Skelett an nice so jetzt hab ich mal hier den Seuss Shader drin zur Abwechslung und nice ich hab nen Bogen gekriegt der hat aber nicht so jawoll Bogen ist immer gut ja auch noch ein Strich also hier ist ein Enderman der auf irgendjemanden aktiv ist ich glaub auf mich oder auf mich ich weiß nicht aber ich denk halt ich hab ihn nicht angeguckt und ja ich hab heute auch den Timer gestellt ich schlage jetzt so ich hab hier ja ach genau ich baue mich am besten in der oder was würde ich das jetzt machen ich probiere jetzt mal mit dem Shader ein bisschen rum boah es hat das animiertes Wasser boah das hat ja voll das coole animierte Wasser ich benutze den Shader jetzt erstmal ok ich komm wieder zurück ich hol mir da ein paar Sachen und oder magst du am besten hm soll ich mich warte mal äh Colin findest du gute Sachen oder eher nicht so gut ähm im Moment noch nichts naja ich hab den Enderman getötet so ich muss mal gucken aber ich glaub ich hab ziemlich Pech mit Diamanten naja ich hab Kohle gefunden ähm ich kann dir wenn du willst eine Stuchte zeigen da könntest du vielleicht auch mal reingehen mhm da denk ich mal kriegst du ähm mehr Sachen wie als du dich da jetzt einfach runtergräbst also wenn du willst kann ich das kurz zeigen ja also ich hör ich hör in der Nähe irgendwo ne Höhle ja gut das ist natürlich schon mal gut ja genau ja dann versuch einfach erstmal da weiter zu machen und dann ich komm jetzt erstmal wieder zurück ich hab wieder mal ein paar Schafe geholt so 15 Schweine vielleicht also hat irgendjemand dort dann baut doch hier einfach ab dann baut doch hier einfach ab dann baut doch hier einfach ab ja irgendwie finde ich es einfach Mann ich mach zwar irgendwie mega Spaß hier aufzunehmen ich weiß nicht ich hab schon viel Level Freunde ich hab schon ganz viel Level wie er das Haus direkt schon baut ey das ist krass mach immer die Tür zu machen weil sonst kommen da so böse böse Leute rein ich würd sagen ich geh mal runter und helf dem die Ben trug sie ein bisschen ich hab Redstone gefunden okay so dann zack 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 dann brate ich hier erstmal essen da da irgendwo noch Kohle drin wir haben keine Kohle mehr doch wir haben ganz viel Kohle nice zack so 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 voll den komischen Bug bei mir seh ich immer wieder also jetzt seh ich wieder mein Skin nicht okay also ich seh dein Skin nicht also ich denk auch dass es Trutz ihn sieht ja ich seh ihn auch ja ähm warte kann ich hier jetzt noch mitnehmen ach hier sind auch Dörter drin ne das weißt du also noch Dörter raus jetzt auch noch Dörter drinne so so ja gut dann komm ich auch mal runter ich bestärk dich mal unten oder mhm wo zum Teufel ist dieses Wasser ja gut ich geh auch mal runter also wir sind jetzt weit unten ne damit es weiß ja vielleicht so ich seh dich vielleicht ja ganz ne ich seh dich ja gar nicht boah du bist ja richtig weit schon ganz ganz tief schon drin oh gefunden 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 Achtung jetzt kommt hier Wasser runter und ja ich bin noch ganz ich bin noch am runter gehen meine Freunde ich bin noch am runter gehen ich bin noch am runter gehen da 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 wir einfach mal jetzt ganz viel Erde abbauen damit wir eine gerade Fläche haben fürs Haus ja genau weil wir wollen ja auch größer fürs Haus bauen ich hab Gold gefunden ich hab Gold gefunden oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich bau einfach mal Gold ab dann haben wir wenigstens Müssen los ja ähm was will ich denn machen? ich bau Gold ab? ich bau Gold ab ich hab eine Creeper-Explosion ist alles gut oder? ja es ist alles gut also ich hab jetzt die Gold kaputten ach fuck ich hab Gold kaputt gemacht mit der A das kann man gar nicht damit abbauen okay dann lass uns lieber willst du jetzt ein Gold-Apfel machen oder? ne auch vielleicht für Rüstung noch später ja mit Rüstung würdest du lieber auf Eisen warten oder? ja aber falls ja wir gar nichts haben dann können wir das auch aber ich kenn diesen Stellen ganz ist es Erde? ja es ist Erde okay ich hab ziemlich viele Eisen gefunden jetzt hier ja ich komm am besten direkt mal ganz runter mhm ja ich komm direkt jetzt komm direkt und du musst dann gleich warte mal warte bleib genau da wo du jetzt gerade bist ähm genau jetzt bau dich gerade aus komm jetzt einfach mal hier hoch ne? genau da geh jetzt raus hallo hier ist die Höhle ach hier ist das alles Eisen ja gut dann hol du hier mal ein mhm oh wir brauchen dringend oh oh ok ok pass auf wie soll ich eher das Haus machen? in die Höhe oder in die Breite? in die Breite würd ich sagen in die Breite würd ich sagen oder in die Breite würd ich sagen ja oder hab ich nix dagegen ja in die Breite in die Breite so dann hier nochmal ein paar Sticks hinlegen Kohle so ich hab jetzt nur 36 ach du hast Fackeln äh nicht so viele aber was machst du jetzt? hier zu bauen weil da gehts nirgends hin achso ok dann ja gut deswegen hab ich zugemacht und die Fackeln mitgenommen äh ach hier ist ganz viel Kohle ja gut dann würde ich sagen xD da oben ist noch Eisen ich hab übrigens ne Eisenspitzhacke dabei äh oh mein Gott shi what's passiert? ne ne nein alles gut da dann hier ich durchdrche jetzt einfach wieder mal die ganze Höhle so gut also ich hab jetzt aqui auch ganz 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 viel Eisenerz und ich sehe gerade die Folge sollten wir jetzt eigentlich zu Ende machen so dann bauen wir jetzt hier noch direkt Eisenerz ab Und dann verpissen wir uns ja nach oben, oder? Ähm, ja nach oben lohnt sich glaube ich nicht wirklich. Ja genau, ja stimmt, dann lass einfach hier. So, ich brauche jetzt noch dieses Eisenerz ab, zack, zack. So, und ja Freunde, wenn ihr sehen wollt, wie der liebe Dat Pixel das unser Haus baut, dann schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Äh, ja ich und Colin, wir fahren ja eigentlich nur jetzt und ähm, gut dann, komm mal her. Warte, dann gehen wir nochmal hier. Durchleuchtet noch alles, dass hier keiner kommt, dann falls wir hier wieder spawnen. Ja gut, hast alles durchleuchtet. Ja. Lass uns einfach mal so hier hinschmeißen, alles da. Gut Freunde, ja dann war es das von der nächsten Folge von, ja mein Nilla und stellt uns wie gesagt ein paar Fragen in die Kommentare. Und damit wir sie beantworten können und dann würde ich sagen ja, Hashtag AskNilla unten in die Kommentare und eine Frage die ihr uns fragen wollten dann. Ja wie ich sagen, schaut bei Dat Pixel vorbei, bei Colin, bei jedem und ja, ciao Leute. Ciao.